Quallen fischen! Quallen fischen! Quallen fischen! Quallen fischen! Quallen fischen! Izzy, du musst aufhören! Eine Qualle! Eine Qualle! Eine Qualle! Ich bin keine Qualle! Ich bin keine Qualle! Oh, du bist gar keine Qualle. Entschuldigung. Ich bin's, Roman. Und wir haben uns verabredet, eigentlich einen Kumpel von uns zu besuchen und zu schauen, was da abgeht. Wir haben gar keine Zeit mehr zu Quallen fischen. Komm jetzt mit, Mann! Okay! Wo gehen wir hin? Na, wir gehen zu Spongebob, Mann! Der hat uns zu sich eingeladen. Ja, Mann, der zeigt uns einfach sein Zuhause und will uns einfach zeigen, wie der Typ lebt! Das ist voll abgefahren. Ich kenne ihn eigentlich nur aus dem Fernsehen. Jetzt können wir ihn endlich mal kennenlernen. Ich bin aufgeregt. Alter, ich bin auch richtig aufgeregt. Ich kann mir zeigen, wie man Quallenfisch. Ja, Quallenfische. Wir brauchen irgendwie so eine Art Dings. Quallenfischernetz erstmal. So ein richtiges, nicht so ein billiges Netz. Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott, Spongebob. Hi, was geht, Mann? Es ist einfach Spongebob. Hallo, Freunde. Oh, hi. Was geht ab, Spongebob? Ich bin Roman. Das ist easy. Wir kommen heute. Wir haben ja einen Termin bei dir gemacht. Guten Abend, Termin. Wollt ihr euch mein Haus ansehen? Ja, klar, gerne. Warum eigentlich nicht? Das gute alte Spongebob-Haus. Ja, du kannst gerne vorgehen. Super, los geht's. Oh, okay, alles klar. Wow, crazy, Alter. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in sein Haus komme. Alter, das sieht schon hübsch aus hier. Das hier ist mein Wohnzimmer. Oh, guck mal, da ist der Fernseher. Und hier hat er seine Couch anscheinend. Okay, crazy. Aber wo ist Gary? Was? Oh mein Gott, zeigt er uns auch noch Gary? Gary, wo bist du? Oh, guck mal, das ist die Küche von ihm. Crazy. Ähm, Gary. Oh, er sucht, glaube ich, die ganze Zeit Gary, wo es aussieht. Oh, ist denn diese glipsige Schnecke schon wieder hin? Ich weiß es auch nicht. Gary? Gary, vielleicht ist es ja hinter dem Sofa oder so. Ich glaube, er ist im Schlafzimmer. Oh, kommt mit. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich ins Schlafzimmer. Okay. Oh, alles klar. Oh, okay. Bin da? Yo. Oh, klar. Oh, krass, hier ist sogar die Treppe, Mann. Oh mein Gott. Das ist genauso. Gehen wir da hin? Hier die Treppen hoch. Ja, Tatsache, wir müssen ihm sogar hinterherlaufen. Oh, crazy. Let's go. Jetzt Gary. Gary, bist du hier irgendwo? Das ist ja voll das Abenteuer hier drin, gell? Ich glaube es gar nicht. Ich gucke mal hier im Bart. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Hast du ihn? Oh mein Gott. Gary. Da ist Gary, die Schnecke einfach. Guck mal, wie der aussieht. Da bist du ja, Gary. Hi, was geht ab? Gary, alles gut? Ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, der hat sich eigentlich relativ gut versteckt, ne? Der gute Gary Gamansky. Miau, miau. Nimmst du etwa ein Bart? So wie es aussieht, nimmt er gerade wirklich so ein kleines Schaumbart, ne? Miau. Miau, 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 miau. Ich glaube, wir stören ihn aber, glaube ich, ein bisschen beim Baden, so wie es aussieht. Also, lassen wir Gary allein. Miau. Oh mein Gott. Okay, lassen wir ihn ein bisschen wirklich allein. Etwa sind wir jauen Schnecken eigentlich? Weiß ich nicht. Gary miaut immer, ich weiß es nicht. Das ist eine ganz besondere Schnecke. Boah, guck mal, das ist sein Bett, voll die Konstruktion, gell? Guck mal, das ist sein Wecker. Nein. Das ist das riesige Horn, so wie es aussieht. Oh mein Gott. Hier mache ich jeden Morgen auf. Alter, was? Oh mein Gott, was tut er da? Alter, der hat einen Riri Aschdub, der hat ja ein Sprungbrett auf seinem Bett, ne? Ja, das ist so cool. Ist das crazy? Ich will auch mal. Ich auch. Ja gut, da ist... Warte mal, ich geh mal hier... Oh nein. Ey, guck mal, das federt sogar. Warte mal, wir springen jeden Abend ins Bett. Aua. Ja, das federt gar nicht mehr so gut. Dirt, das hat gefedert. Ich habe mir da voll viel Schaden gerade zugezogen. Ah, guck mal, das ist wahrscheinlich seine Umkleidekabine hier so ein bisschen drin. Hier hat er wahrscheinlich seine Unterhosen drin. Ja, Tatsache, der hat hier überall seine Hosen drin. Doch, doch. Oh mein Gott. Und hier hat er überall bunte Farben drin für seine Socken wahrscheinlich. Soll ich meinen besten Kumpel vorstellen? Ja, hey. Kumpelblase. 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 Ich glaube, stimmt, Kumpelblase ist wirklich sein bester Kumpel gewesen. Eigentlich ja. Aber der ist dann irgendwann weggereist. Eigentlich ja, aber nur eine Folge. Nein, nur eine Folge war er der beste Freund. Ja, der wurde verscheucht von den Leuten. Irgendwie sowas, ja stimmt. Kommt mit, alles klar. Oh, 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 hupsi. Okay, ich bin da. Was ist das denn? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Spongebob, bist du dir sicher, dass es hier der richtige Ort gewesen ist? Upsi, falsches Zimmer. Oh, okay. Alles klar, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier reingehen. Oh, ich muss jetzt auch hinterher kommen. So, hupsi. Okay, jetzt sind wir wieder im Wohnzimmer. Das sieht ja richtig aus. Okay, ha, hier ist der Ausgang. Alles klar, dann lass mal rausgehen. Oh mein Gott, der kennt sich nicht mal selber aus. Ja, weil das Haus einfach so verwinkelt und verwurschtelt ist. Ja. Ja, also wollen wir es offen lassen lieber oder wollen wir es zulassen? Ich weiß nicht. Sollen wir offen oder zu machen? Ach, das ist eigentlich... Tür zu machen, nicht vergessen. Ach so, okay, alles klar. Tür zu machen, weißt du. Okay. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er ja seinen Hausschlüssel nicht mitgenommen oder so. Ja. Der Blubber geht gerade rum. Ach so, der Blubber geht gerade rum. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, wir dürfen die Aufgabe... Das ist sehr anstrengend. Ach so, der ist sehr anstrengend. Äh, ansteckend. Ansteckend, anstrengend. Oh nein. Oh, hier wohnt Tadeus, gell? Oh mein Gott, Alter. Oh, das sieht so schlimm aus. Hey, Taddeus. Nein. Bist du draußen? Nein. Oh, ich glaube, der will nicht... Also, ich glaube, der Tadeus will nicht so ganz Spongebob. Oh nein. Oh nein. Aber ich will Tadeus kennenlernen. Ich will auch Tadeus kennenlernen. Vielleicht treffen wir den noch irgendwann. Der arbeitet doch bestimmt auch in der großen Krabbe oder so. Ja, eigentlich schon. Vielleicht treffen wir ihn irgendwie nochmal dort. Aber Patrick hat bestimmt irgendwie Zeit. Oh nein, das wird Tadeus wirklich trauen. Hm, Taddeus ist gerade schlecht gelaunt. Und ich glaube, er will nicht mit uns reden. Ja, so wie es aussieht schon. Der ist doch immer schlecht gelaunt. Vielleicht mal an einem anderen Tag. Okay, alles klar. Vielleicht mal an einem anderen Tag. Ja, weil ich möchte schon gern irgendwie den sein Zuhause sehen. Weil der hat bestimmt viele Klarinetten und sowas zu Hause. Das ist bestimmt super interessant, sich das anzusehen. Aber ich kenne da jemanden, der will immer mit uns reden. Aber das ist natürlich eine sehr gute Sache. Warte mal, ich esse mir nochmal kurz ein kleines Steak rein. Oh, okay. Das heißt, das ist jetzt das Zuhause von Patrick Patrick. Patrick Star. Patrick Star. Wie findest du eigentlich am besten von den dreien? Patrick, Spongebob oder Dings? Huch, ich bin reingegangen. Oder Tadeus. Ich bin auch Trainer. Na, natürlich finde ich am besten Sammy. Oh mein Gott, da ist Patrick. Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Oh mein Gott. Hey Patrick. Hey Spongebob. Hey, Spongebob. Haha. Hey Patrick. Wie geht's dir? So wie es aussieht, die kennen sich ja schon Ewigkeiten, die beiden. Alter, ich war noch nie bei Patrick zu Hause, Mann. Das ist so abgefahren, ey. Der wohnt einfach unter einem Stein. Mir geht's gut. Ich wollte den mies Quallen fischen gehen. Quallen fischen, Quallen fischen. Sie will auch Quallen fischen gehen. Ja, aber mir geht's auch gut. Wollen wir später auf die Quallen fällen da gehen? Ah, die stehen sich ja echt gut. Aber wir müssen die immer freilassen. Wir müssen die echt immer freilassen. Aber wir dürfen die melken. Ja, gerne. Um Dröfel Uhr. Was? Dröfel Uhr? Um Dröfel Uhr? Ich weiß nicht, wie Spongebob und Patrick sich unterhalten. Das ist immer eine richtig komische Sache, Mann. Aber wir erleben jetzt so einen richtigen Tag bei denen. Okay, super. Das klingt nach einem guten Zeitpunkt. Wir sehen uns kurz noch in deiner Wohnung rum. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich neben seine Küche oder sowas. Alter, eine Sandküche einfach, gell. Wo er das ist neben seinen Tischuher ist. So, oh, ja. Patrick lebt sehr sandig. Kein Problem, Spongebob und Freunde von Spongebob. Alles klar. Patrick lebt sehr sandig. Ja, der lebt wirklich sehr sandig. Ja, eben schon. Der liegt daran, dass er ein Seestern ist. Ah. Ah. Sehr interessant. Oh, guck mal, sein Bett ist auch ein bisschen hart. Das ist einfach nur so ein Stück Holz mit so einer Decke drauf. Oh, er ist jetzt rausgegangen. Okay, alles klar. Oh, geht's wieder raus? Okay. Ja, so wie es aussieht, geht's wieder raus. Okay. Das ist also das Haus von Patrick, meinst du also, Spongebobie? Okay. Hier gibt's ja noch voll viele andere Sachen zu erkunden. Es gibt hier noch das Haus von Mr. Krabs, seiner Frau und so. Dann gibt's hier noch die Bank. Dann gibt's hier noch den Leuchtturm und sowas. Das ist schon echt nice. Mr. Krabs hat eine Frau? Mr. Krabs, ja. Falls ihr wollt, könnt ihr euch noch ein wenig in der Stadt umschauen. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Tschüssi. Nee. Eigentlich hat er, glaube ich, sogar eine Frau, so wie es aussieht. Nee, er hat keine Frau, aber er hat eine Tochter und zwar Perla. Ah, ja. Da rennt er einfach dahin, über die Felder, irgendwie Richtung Krankenhaus oder Airport. Oh Mann, der gute alte Spongebob. Oh mein Gott. Richtung Flughafen oder sowas. Hey, ich hab eine Idee, was wir machen können. Wir sind doch eigentlich Touristen in Bikini-Bottoms sozusagen. Lass uns doch einfach mal einen richtigen Krabben-Burger holen. Was hältst du davon? So einen richtig fleischigen, mega-nicen Krabben-Burger. Ich will in den Abfalleimer. Nein, wir gehen nicht in den Abfalleimer. 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 Oh mein Gott, das heißt, die Krabbe muss in der Nähe sein. Ja, ich glaube, die ist direkt gegenüber vom Abfalleimer, so wie es aussieht. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall zum Abfalleimer hingehen, so wie es aussieht. Warte? Oh, guck mal, da ist sie wirklich. Die große Krabbe. Oh mein Gott. Da hinten ist sogar der Supermarkt. Ey, crazy. Das ist dieser Supermarkt, wo sich beispielsweise auch diese hydrodynamischen Pfannenbänder gekauft hat. Ach ja, stimmt. Mit Turboantrieb. Mit Turboantrieb. Genau, richtig. Und Steuerbord und Bugbord. Ja, mit Steuerbord und Bugbordaufsetzer, genau. Oh, guck mal, das ist die große Krabbe. Hallo, jemand da? Oh, yes. Guck mal, wir können uns hier... Warte mal, die Sitze sind ja solche Barrels hier. Oh, da ist sogar Spongebob. Alter, der arbeitet sogar hier. Oh, hi, Spongebob. Wie geht's dir, Mann? Wir sind das erste Mal. Oh, hallo. Der gute alte Spongebob ist in seinem Arbeitsmodus, so wie es aussieht. Willkommen in der großen Krabbe. Ah, okay. Was gibt's mir so? Menü, Krusty Deluxe, 3 Dollar. Krusty Combo, 2 Dollar. Krusty Patty, 2 Dollar. Ich bin Spongebob. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Ja, was wollen wir essen, Izzy? Aber Roman, ich will was Vegetarisches oder was Veganes, weißt du? Äh, habt ihr vielleicht irgendwas Vegetarisches oder Veganes irgendwie da, Spongebob? Also, gibt's da irgendwas? Oh, sie wollen was Vegetarisches haben. Ja, so wie es aussieht schon. Ja, irgendwas Vegetarisches oder Veganes will Izzy haben. Kein Problem, da überlege ich mir etwas. Achso, weil ich glaube, alles, was es hier gibt, wahrscheinlich sind einfach nur Burger mit Fleisch. Aber ich glaube, es hat noch nie jemand in der großen Krabbe was Vegetarisches bestellt. Das kann die ja Seetang-Burger oder sowas. Stimmt, irgendwie sowas. Falls ihr wollt, kommt ihr mit mir. Okay, alles klar. Oh ja, bitte. Gerne, ich zeig euch die Küche. Alles klar. Oh, guck mal, hier brät Spongebob immer seine Krabbenburger. Das ist ja voll abgefahren, ey. Das ist einfach die Küche von Spongebob. Das ist sie. Oh, den guten alten Schwamm auf dem Arbeitsplatz besuchen. Wer wollte das schon immer mal nicht machen? Äh, ich. Ich wollte das auch schon mal machen. Oh, guck mal, da ist sein Dings, sein... Weißt du das? Oh, Herd oder sowas. Ich muss aber nur kurz in die Tiefkühltruhe gehen. Oh, ey, komm mal in die Tiefkühltruhe. Ich bin gleich noch da. Oh mein Gott, hier ist voll kalt. Guck mal, hier sind überall so diese Eiszapfen und sowas. Oh, ich friere richtig. Warte mal, der sucht irgendwas, warte. Der schaut irgendwie... Ach so, der holt gerade alle seine Rezepturen zusammen, ne? Die er... Also alle Sachen, die er benötigt. Guck mal, hier ist Fleisch drin. Hier ist auch Fleisch drin. Karotten sind hier drin. Brot ist hier drin. Ey, ich hab auch Brot gefunden. Oh, ich hab Brot gestohlen. Oh, Brot. Wollte ich gar nicht. Nichts geht über ein gutes Brot. Oh, oh, oh. So, jetzt hab ich alles. Oh, der hat schon alles zusammengesucht, so wie es aussieht. Okay, nice. Raus hier. Okay, alles klar. Oh, lass mal am besten schnell raus. Ganz schön kalt hier. Oh, ist das hier schon losgegangen? Oh, ich bin auch draußen. Das war wirklich ganz schön kalt da drin. Hey, kennst du eigentlich diese eine Folge, wo die irgendwie versucht haben, eine Leiche da drin irgendwie zu verstecken? Was hat die gemacht? Ja, da gibt es so eine komische Spudsch von Folge. So, eins, zwei, drei. Ey, guck mal. Ein Kreis. Was? Oh, er ist fertig. Was hat er uns gekocht? Eine Suppe. Eine, eine. Oh, das ist eine Dings, eine Pilzsuppe, Alter. Das ist eine krasse Krabbe Pilzsuppe meines Lebens. Wie cool ist das denn? Bitteschön. Zwei vegetarische Suppen. Hey, ich glaub, die sind sogar vegan, weil das ist ja einfach nur eine Dingssuppe, ne? Ja. Eine Mushroom-Suppe. Ich hoffe, sie schmecken euch. Oh, okay. Hey, lass mal probieren, oder? Ich hab aber gerade gar keinen Hunger, muss ich sagen. Ich muss ein bisschen da rumlaufen. Ja. Ich geh mal auf Toilette. Ich hab ein bisschen boxen. Okay, das heißt, Spongebob geht auf Toilette und wir lassen Spongebob mal am besten in Ruhe. Okay, Leute. Das war wahrscheinlich also der Tag, den wir irgendwie bei Spongebob verbringen durften. Falls ihr vielleicht einen anderen... Oma, Oma, bitte komm raus. Oh nein, du läufst auf Spongebob seinen Kopf weg, Izzy. Nein, er nimmt mich mit. Er führt mich. Hilfe, Roman. Falls ihr vielleicht noch eine Idee habt, mit welchen Comics-Serienhelden wir noch einen Tag verbringen können, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.